Reddy! Reddy! Vor! Computer! Ich bin ganz alleine. Ich hab Angst. Ich auch. I am Sniper. Aber... Die Map schaut schon mal ein bis... Aua! Zwei! Und... Go! Jetzt kommt ja wieder meine Mutter. Pascal, sei mal leiser! Wieso hab ich nicht bloß geboren, ey? Scheiße, ich wär fast neinanderfällt. Will der mit die Dota draufgehen? Noo, wie fällt der aus? Ey, weißt du, hab ich nur... 20 fucking 5 Leben, ey? Nein! Du! Scharano! Alte, Huha, du! Scharono, keine Ahnung. Hier, ich hab schon eins zu eins. Ich bin so immer. Oh, nixig, Junge! Ich bin so immer. So, welcher, was hast du? La 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 la, die AK. Aaaaah! Mi2, Mi2. Die Spiele scheiße! Wer bin I? Die AK ist voll manig! Wer am I? Hab ich grad festgestellt. Who am I? hey, what the fucking hell is going on? What the double kill? What the fucking nigga is... Scheiße. Yeah! Nein! Oh fuck! Mr. Death, you motherfucking bastard! Du machst'n Beat oder ich sing? Wir können's beide nicht wahrscheinlich. Also halt, ich kann nicht singen und du sagst immer, du kannst kein Beat, aber... Ja... Mutter! Oh, wo steh' ich denn? Hi, Frie, hallo! Hallo! Zieg's dir nicht Leben ab. Achtung, da kommt einer hinter dir! Nee, warte, da ist eine Durchkunft, pass auf, pass auf, pass auf, hinter dir, hinter dir! Auf der anderen Seite, da ist einer dahinten, da ist schon mal der Baller mich ab, jetzt gehen halt! Ja, ich was, der Modell ist, der Modell ist da hinten, du fortzeilig, bin da vor, der ist eine Runde gepräscht. Scheiße, nicht mehr was gestorben. Mann, ich rette mich mal, ey! Er hat die Fressen, ey! Er hat die Fressen, ey! Scheiße, du bist gestorben! Wer hat hier von uns beiden drei Kills und zwei Tore? Ja, du, genau! Ja, ich... Du Arschloch, hier! Scherano, Rachel! Alter, was hält der Freak so viel aus? Ähm... Was war das?! Die Physik dieses Spiels, äh... Ist so dermaßen nicht immer. Hier so... Ich bin hier schon wieder fett krass, ey! Ah, die Fress, du scheiß Stahlgitter! Können wir ausrasten hier, scheiß Game! Scheiß Game! Scheiß Spiel! Absolutes Scheiß Spiel! Scheiß Qualität! Geh ein Granat über den fucking Ruf und... Ehm... 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 Fass sich fressisch spricht Deutsch! Mutsch! Ja, Stefan für den Granat, du Arschloch! Laaal! Luaal! Lausch! Das ist halt, Alter, wie viele leute sind da oben grad! Ja, ich schlbatte... Ich glaub ich hab grad gegen das ganze Team gespielt! Ja, glaub ich hab auch, das jetzt verloren hast, ohne Ende hier! Das war an Orange! Alone in the Darkness und so! I draw a granite! Into your fucking face and... What are you doing?! Das ist das! Ich hab deinem Face noch gar nicht... Ich hab deinem Face noch gar nicht angst, lass mal sehen wie du auslürkisch! Lurkerschöner Spassgeld hier du, take you in a second and I kill you fuck, no, you don't kill me you motherfucking Shireino ah, die own uns wollte ich, glaub ich, sie ich grad irgendwie das schafft man schon I have 100 Leben und wir sind, es geht 20 zu 25, also bitte wenn du das ownen alter, fick dich I have just 50 Leben and now I go drauf, Leute mit der AK740 muss ja Schuss nach Schuss schießen ja, die geht übelst schnell auseinander, der ist fucking Fadenkreuz sag dann, wie es mit meiner Lotstecke so passt, okay, weil ich hab's immer nie im Gefühl, dass ich zu laut bin, zu leise was weiß ich was, wie ist es grad so ganz okay eigentlich LOL Alter, die haben ja echt viel zu viel, das ist ja voll wie Hindi die AK trifft ja überhaupt ab 10 Meter Entfernung das trifft ja gar nichts mehr LOL, ums, bohrte der vor meiner Kasse nochmal äh lol ich glaub, die haben das Spornsystem grad von mb3 übernommen ich glaub, die haben grad einen mega fucking neck gehabt ja, aber vorhin haben sie das auch schon gehabt alter, Brickforze, mach mal was machen die mit dem? schon mal wieder überlebt? ja und was machen die für'n Scheiß JALOL Server Update, ne hier ist erstmal hier aufs Design scheißen, sondern vielleicht mal die Funktion ein bisschen aufmotzen hier ist das Gegner oder was ist das hier? ich glaub, ich war auf der Typ mein ganzes Magazin der oh, 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 ich hab 100 Leben, ich geb dir nen Headshot was ist alles lecker, voll gäbe ich dir auch, oder? ja, bei mir mit ein Schuss nach drei Minuten angenommen jetzt geht's grad wieder wo spawnt der Freak denn? was lieb ich mir gibt das und Pf Brendan jetzt hätte ich die la 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 I jah einer dieser Welt ist bis 160 durchziehen wo er seine grooves richtig verdient Badmitter aber macht WII WTF WTF sag ich denn nur die Feldschau ist das Mann es bin ich mit der Mut auf die Gitter ihr könnt mich alle mal im Arsch das der Zerschlecht mir auch mal was muss ich mit dem Schraubenzieher Euro die Oklo die Zeit in das der ganz-gegie-Mann ist sehr viel zu gering die Somme das geschaffen ist noch vier Minuten Zeit ja, die hängen alle lalalalalalalalalala oder was mein´s Schöne zu, ich00zd Practman von dir 4 Minuten für 120 Kills ist unbelievable, amazing oh, wir schießen durch den Fensterschein weil ich nicht, guck mal, Spaß, ich bin lalalalalalalalalala nein, hinter mir, ja, komm Mr.Meth, oder, ne, Ryan Ryan Ryan, ich liebe dich, Ryan Alter, was sind denn das für leckige Server gerade ich glaub's nicht auf dem Foto müssen Realwein Reiner mein es ist ja in der er legt wieder nicht also ich weiß nicht was es ist wir müssen das ganz okay nicht direkt für ihn die Summe schau alle sei der Alex sei das soll sie mir in den Verlangen mehr als ich habe seine Mutter auch es ist die Mutter was als seine Mutter ein Fleck der will sind eine was ist das über 10 Euro lollo und wohl nur um nur ich schon würde er mal so bei den Feindesborn gehört ich will jetzt mal sehen wie du schaust du hast mit dir vergehen rocken fest da oben steht einer Pesserung ah nee doch nicht so gar nicht oh ich bin Marcel´s Nachbar und muss Scheißmusik hören die Map ist richtig cool finde ich nicht wieder dein Vater aua ne ne ja aber ich finde die Map ist richtig geil wenn das hier gescheit laufen würde und nicht lecken würde also so finde ich der eigentlich gar nicht mal so badass technisch verankert dieser Vicky Arapro der leckt auch wieder sein Leben ja der leckt auch ja genau du meinst mich können sie abballern während dem Leck ja wie denn er sich im Mund putzen 5 Leben hab ich noch hier nein nein ich hätte dich geschlagen Alter ich hätte dich einfach nur noch geschlagen trolalo 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 hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ich bin schon tot ich hab nur noch wenig Leben und hab nachgelacht ja genau denn warum geben die mir einen Kopfschuss die Akka 47 kriegt die scheiße ich glaube ich nehme die normale die war viel besser ja ne die ist schon die macht schon fett Schaden aber die hat viel zu starken Dings da Fadenkreuzaufspreizung und wie man es auch immer nennt wie nennt man das im Fachjargon her seit dem neunten Lebensjahr Ego Shooter zockenden Freak Fadenkreuzaufspreizung oder nein Breakshot ja meine grad hat den auch umgebracht Sack in Sicht das ist eigentlich Mündungsfeuer Lalalalalalalala ja genau ich bin lustig ich bin lustig ich bin lustig ich bin lustig alle Stimme hat mein Platz hängen hier noch eine Minute und in 20 Sekunden 9 1 00 die KM die KM in der KM in der KM in der KM nein Patrick der Kramenburger fällt runter ich bleu gerade du diese Stimme sagst ich muss dir später unbedingt ein Video schicken hey das ist so dermaßen geil das ist so dermaßen geil das glaubst du mir nicht wie geil das Video ist oder generell wie scheiße der Typ eigentlich ist aber wie geil das ist eigentlich auch wieder weil du weißt halt wie geil wie geil das Video ist und wie dumm der Typ eigentlich ist aber der spielte es war ein Geräusch ich habe genau so viel Leben weniger Leben in der Köln trotz immer ganz schädlich für den Kölnow man spartiert ihr liebt umsonsten 70 was macht er für eine Scheiße was ist in seiner ja wichtig doch nicht für die Leute etwas sagen ich bin kein hindu oder buddhist das kann man ja nie wissen wir sind die zwei besten und du bist ein level aufgestiegen und da steht immer so viele vorstpunkte ich habe 400 und du hast 600 fast du bist ein arschloch du hast immer so viele und ich habe nie so viele suchen wir ein anderes match wieder 10 minuten doch ich weiß noch mal schnell ob ich die fucking herz finde mit meiner 7000 ich kaufe mir eine waffe ich kaufe mir eine waffe glaube ich nee oder waffen hauptwaffe stürmgewehr mg oder mp 37.000 punkte kitzler bestimmt mg scharfschütze stürmgewehr alle wir haben die preise angezogen das ist übelste 37.000 bist du ein bisschen dumm die ganze ok dann dann spielen wir jetzt weiter kommen wir spielen jetzt weiter bis wir 37.000 punkte haben oder was nee jetzt einfach mal so match wieder nochmal ich weiß gar nicht sind die leute dumm die die patchen dass die punkte verteilung besser wird und dann machen sie die teile doch so extrem teuer ich stecke die logik dahinter nicht okay welches match gehen wir was hältst du von 24 schnell 24 das ist ja auch gott man die so ein stress hier junge toll das wäre gegangen ja das geht das geht das geht das geht das ist bauen und zerstören build and destroy warte mal kurz okay lasst du mich eigentlich noch gut und alles ich weiß ich muss erst mal schnell look taken danach und meine mutter pennt bei uns jawohl ohne ist was ich habe per point ist geschrieben bonus vor wenn ich muss ja gucken ob meine mutter pennt und wenn sie pennt dann weiß ich dann müsste ich halt leise reden und so weiter könnte ich aus aber wenn sie wach ist dann könnten wir gerne noch terraria aufnehmen ja 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 ich werde aber erstmal nochmal von der halbe stunde blick vorstehen dann haben wir wieder vier folgen für die nächsten vier tage start doch mal das spiel ja ich dachte ich alle ich habe jetzt was okay du sagst du musst es dann übersetzen für die zuschauer Ich geh mir nachher runterholen und danach auf dem Klo scheißen. Okay, gut. Das war gut, aber es kommt noch in der Mitte. Und dann hat... Oh, fuck! Nee, das war es jetzt nicht. Ready. Okay, was bauen wir? Was bauen wir? Ich hab gerade meinen Tabak auf den Boden geworfen. Denn was? Ja, dann hast du verschissen. Aber jetzt los. Wir bauen jetzt. Was bauen wir? Ja, ich bin doch nicht mehr im Spiel. Was bauen wir? Ja, keine Ahnung, was wir bauen. Wir bauen ein Block in Rennung. Alter, wir haben 10 Minuten Zeit zum Bauen. Ich glaube, ich bin verrückt. Ich kann nicht laufen. Ja, ich auch nicht. Ja, hallo? 10 Minuten zum Bauen. Sind die crazy? Aber dann können die Zuschauer hier erstmal fett sehen, wie wir abgehen. Aber wir bauen zusammen da irgendwas gleich mal hin, okay? Ja, der Typ hat die Superbaumaschine. So ein Arschloch. Ja, was ist das du? Wie schaut denn die aus? Ja, war der Baumaschine. Ich sehe gar nichts. Wo bist du denn? Alter, ready. Jetzt mach halt mal hin. Oh, wir haben einen PC da. Wir haben einen so guten Internet, dass die anderen Spieler sich nicht connecten können. Oh, ich habe einen Ping von minus 1. Ist das gut oder schlecht? Das ist eigentlich gut. Ich habe auch einen Ping von minus 1. Der eine hat einen Ping von 5. Der andere hat einen Ping von 5. Alter. Alter, bei C.H. gibt es ja ab und zu mal Leute, die haben einen Ping von 400 oder so, gell? Ja, aber das sind andere Einheiten, glaube ich. Ne, auch Ping. Ja, aber vielleicht messen die den anders. Hier. Ja, Alter, da sind... Ja, fick dich jetzt, du scheiß Game, Alter. Ja, Alter. Ich will euch jetzt hier mal spielen. Äh. Ist da oben jemand gespawnt bei mir? Äh. Lolololololol. Also, ich sehe hier keinen oben drüber. Nordwesten und dann ganz hoch gehen. Also, beim Mond Nordwest Richtung runter. Da steht bei mir ein Typ. Achso, ja, ich bin schon bei dir, aber irgendwie... Bist du überhaupt? Ich bin neben dir. Lolololololol. Ich kann überhaupt auf den Typen setzen. Bist gar nicht neben mir, Spasti. Doch, ich bin im Nordwesten. Ja, komm, wir gehen raus, das ist ein Scheiß.